Juno hat wohl ein bisschen rückkönnen. Ich habe Arme und Beine. Arme? Hast du Bizeps so trainiert? Arsch und Beine. Ich habe Arme verstanden. Ich habe Arsch und Beine. Arme? Hast du Arme trainiert? Entschuldigung, ich verstehe. Da war eine Katze. Ich habe eine Katze gesehen. Wir haben eine Katze gesehen. Da war eine Katze. Ich bin wirklich müde. Oh, guck mal, Dos Santos. 40 Monate schon. Boah, krass. Gibt es da irgendeinen, der länger ist als 40 Monate? Der hat 40 Subs verschenkt. Du musst lesen, Joni. Wait, what? 40 Subs verschenkt? Was ist denn bei ihm los? Ja, ist ein netter. Der will dein Auto. Also waren und giftet bei dir Subs und bei mir ist er nicht mal Sub, oder was? Enttäuschend. Ent-fucking-täuschend. Oh, shit, ich muss dich pegeln. Sag mal bitte was. Hallo! So laut redest du eigentlich nicht. Aber so redest du ja gleich wieder nicht, ne? Nee, das ist eher so. Ich kenn dich doch. Ja, das ist eher die... Das ist eher meine normale Stimme. Das ist meine normale Stimme. Hallo! Oh, warte mal, du hast jetzt bei mir gesuppt? Wer? Wario? Oh, warte mal, das ist jetzt Next Level. Nee, nee, du! Ich? Dir wurde jetzt ein Sub bei mir geschenkt, während ich offline bin. Von Wario. Es war bestimmt Wario. Das ist halt nix selber. Wie kann ich denn jetzt nachgucken, wer das war? Streamlabs? Ja, ich kann auch nachgucken. Ja. Natürlich war das Wario. Ja, genius. Fucking well played. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Oh, shit, die Cam ist nicht da, wo sie hingehört. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren zu einer weiteren Folge Durchge-inted! Äh, ich mein, durchgelacht. Durchgelacht selbstverständlich. Nee, eigentlich, ja. Ähm, mit der lieben Therese, ich pack mal wieder meinen legendären Yasuo aus. Und, äh, nachdem ich in der letzten Folge ja erfolgreich, möchte ich an dieser Stelle betonen, äh, Therese gekämpft hab, was ja sonst noch nie erfolgreich passiert ist. Haben wir eigentlich gewonnen? Nee, wir haben plötzlich ... Jai! Wir haben verloren. Ähm, ich möchte sagen, ich möchte hier weg. Ja, ich hab, ich hab ... Oh! Oh! Der sidestappt! Der sidestappt! Der sidestappt! Aber ich hab auch keinen Flash mehr. Ja, da ist ein Controller, aber ich könnte zu dir kommen. Ja. Wo ist er denn? Oh, der pfeift hat dich. In meinem Gesicht. Okay, krass. Ähm, einer von uns muss ein Lockup treffen. Ich hab keinen. Ich hab ihn nicht getroffen. Ich sag mal so. Wann hast du ihn wieder ein? Dauert noch ein bisschen. Acht Sekunden. Oh mein Gott, lass mal raus. Ah, ich glaub, du bist tot. Ja. Aber das war nicht nötig, Therese. Das war ... Ja, das hast du an sich ... Hast du das gar nicht so schlecht gespielt? Ah. Aber ich meine, du pushst mit zurück. Komm dir noch mal so ... Ah, nee, 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 nee. Nee, ich kann ihn noch nicht töten. Doch, 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 doch. Weißt du? Ja, ja. Okay, Johnny, das geht jetzt auf deine Kuppen. Ja. Ja! Ja, na ja, gut. Wenn ich gerültet hätte, hätte sie halt nicht gefällt, ne? Ja. Achtung, da kommt noch was. Oh, guck mal! Ah! Den haben wir! Ja! Oh, der nächste! Nein! Oh Gott! Ah! Oh, ich hab sie erwischt! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Weiter, weiter, weiter! Where is she? Nein! Oh! Aber den hast du, oder? Ich hoffe! Schnapp ihn dir! Nein! Ah! So close! Ja, ich bin eher so ein verrücktes Hühnchen da. Irgendwie sind ganz schön viele in der Mitteln. Muss man immer... Ja, ja, okay. Ja, ich mach hier Dinge. Ich auch! Da! Da! Mehr! Stun! Oh! Okay, der Stun geht auch. Ich hatte nicht mehr... Die machte eher den anderen Stun, ne? Ja, die... Ja, aber der war... Ich geh da runter. Wir geh da rein. Ja, jetzt halt. Sag, hab ich. Ah, ne, hast du. Noch besser. Ist nur noch Keyes. Guck mal, guck mal. Siehst du die Jinx? Mal gucken, wie lang du sie noch siehst. Ich, ähm... Weiß jetzt nicht genau, was ich mit dieser Aussage anfangen soll. Ich auch noch nicht. Oh, ich hab sie! Klasse! Ah, das... Da bin ich jetzt auch ganz klar raus. Da bin ich jetzt auch ganz klar raus. Ich hab das Gefühl, unser Elshapen, äh... Hat mehrere Probleme. Nee. Und du bist das Größte. Ah, guck mal! Da ist die Riven! Oh, ich fühl mich ein bisschen mal so... Es ist okay, weil's wahr ist, aber... Ja, ich mein... Weißt du, was du erinnern? Ja. Du bist ein fettes Schwein. Okay. Ja. Also, es geht schon auch nicht ein, ne? Okay. Ja. Oh. Okay. Okay. I'm sorry. Schon okay. Oh, nein! Okay. Nee, ist okay. Ja, ich soll... Ich hätte vielleicht mich irgendwann in diesen Spielereip entscheiden können, nicht für ein Int-Bate zu gehen und stattdessen einfach mal einen Hextrinker zu bauen. Aber das wär ja zu einfach gewesen. Das wär ja krass gewesen. Nee, das wollen wir nicht. Wir müssen hier auch ein bisschen die Challenge beibehalten. Begeben. Und die Challenge ist ja... How bad can you int and still win? Yes. Richtig. Ah, ich glaub die Ashe stimmt das erste Mal, wahr? Nevermind. Sie hat die beste Verteidigung der Welt. Eine Sejuani in FaZe. Oh, wo ist die hin? Hä, wie ist denn jetzt die Ashe gestanden? Wenn ich das wüsste. Jinx holt. Ei. So. Dumme Saal. Dich hab ich bald. Ist wieder ein Busch, das kann ich euch verraten. Was hast du? Ich bin auf dem Weg, was hast du noch? Äh, nicht so okay. Das war's nicht wert. Okay, ich komme. Ja, auf den hier. Ah, groß genug. Das war jetzt aber auch die Busse dort. Da ist ein Board dran, siehste. Ja. Guck mal, ich renne ein bisschen im Kreis. Probiert den ein bisschen. Ja. Oh. Mehr kann ich nicht tun. Das war super. Ich komm hier, ich komm hier. Ja. Ich bin wieder da, ich bin bereit. Ich will dir nochmal was machen. Ja, gerne. So. Ja. Weil der muss ja denn ja keine Stinker haben. Äh, der liegt mir irgendwo. Awww. Awww. Mist, keine Doppel-Explosion. Schade. Aber du kriegst trotzdem mein Herz. Jeb. Ja. Kann ich bitte äh. Bühnen, ein bisschen helft. Tiefs. Wögel. Tschüss. Es ist wiederum.